Lass uns zusammen hören. Meine Sicht geht aus, um das Antlitz Christi zu erschauen. Ich bitte heute um deinen Segen für meine Sicht. Die Sicht ist das Mittel, das du, Gott, dazu erwählt hast, zum Weg zu werden, der mir meine Fehler zeigt, und über sie hinaus zu sehen. Dein Segen für meine Sicht ist das Mittel, das zu meinem Weg wird, um mir meine Fehler zu zeigen und über sie hinaus zu sehen. Und diese Einsicht macht mich immer so froh. Denn wie oft kommst du an Punkte, wo du denkst, oh mein Gott, ich habe gar nicht erkannt, wie sehr ich mich geirrt habe. Schon wieder habe ich hier einen Fehler gemacht. Und wir denken, es wäre ein Rückschritt im Lernen, ein Rückschritt auf unserem Weg zur Erinnerung an unser wahres Selbst, an unsere Göttlichkeit. Tatsächlich ist das Erkennen der Fehler Teil von Gottes Plan und Teil von der Sicht, die unser Weg ist, damit wir nämlich darüber hinaus gehen können, darüber hinaus sehen können. Wir sehen erst unsere Fehler und sehen dann darüber hinaus. Wir machen die Fehler nicht wahr, sondern sehen einfach nur, ah, es ist ein Fehler. Wenn ich den Fehler wahr machen will, glaube ich, es ist eine Sünde und ich bin schuldig. Aber seine Sicht zeigt mir, ah, nur geirrt. Du bist gar nicht schuldig geworden dafür, dass du Fehler begehst. Sondern du bist hier, stehst hier mitten vor deinem Geschenk, das du nur noch auspacken brauchst. Geh noch einen Schritt weiter und sieh über deinen Fehler hinaus. Wie oft sind wir dann davor stehen geblieben und haben gesagt, oh mein Gott, ich hatte keine Ahnung, wie schlimm es um mich steht. Oh mein Gott, ich habe noch, gestern Abend habe ich dies gemacht und heute Morgen habe ich das gedacht. Und jetzt habe ich gerade das und jenes gedacht. Ja gut, und jetzt einen Schritt weiter. Einen Schritt weiter. Darüber hinaus sehen. Super, du hast schon deinen Fehler gesehen. Mir ist es gegeben, eine neue Wahrnehmung zu finden durch den inneren Führer, durch den Heiligen Geist, die Stimme Gottes, die du, Gott, mir gabst und durch seine Lektionen über die Wahrnehmung hinaus zu gehen und zur Wahrheit zurückzukehren. Ich bitte um die Illusion, die all jene transzendiert, die ich gemacht habe. Vergebung ist eine Illusion, aber sie führt nicht zu weiteren Illusionen, sondern sie transzendiert all jene, die ich gemacht habe. Heute treffe ich die Wahl, eine Welt zu sehen, der vergeben worden ist und in der jeder mir das Antlitz Christi zeigt und mich lehrt, dass das, worauf ich schaue, mir gehört und dass nichts außer deinem Heiligen Sohn ist. Das ist die brillante Wahrheit über dich, über mich und ich und du, wir sind synonym. Diese Worte sind synonym für denselben. Schau, wie wir hier in eine geeinte Sicht kommen, weil wir merken, okay, wir haben Fehler begangen in unserem Denken und somit unserem Erfahren von uns selbst. In diesem Moment liegt ein größeres Interesse, als begrenzt wahrzunehmen, als Fehler anzukreiden und das Interesse ist, schau, wie dein Geist gegenwärtig gewandelt wird durch das Licht, dass das Sprachrohr von unserem Papa hier in unseren Traum trägt, um zu zeigen, es ist wirklich ein Traum. Guck mal, guck dich mal um. Sag mal ernsthaft, kann das wirklich wahr sein, was du siehst? In aller Ehrlichkeit kann das wirklich sein, so viele zusammenhanglose, getrennte Dinge zu sehen? Es ist ein Witz. Es ist wirklich ein Witz. Heute ist unsere Sicht für wahr gesegnet. Gemeinsam teilen wir uns eine Schau, während wir auf das Antlitz dessen schauen, dessen Selbst das unsere ist. Und wir sind eins um seinetwillen, der der Sohn Gottes ist. Um seinetwillen, der unsere eigene Identität ist. Und einfach noch mal durch den doppelten Boden durchgehen. Einfach noch mal durch das Sicherheitsempfinden, das unsere Welt zusammenzuhalten schien. Transzendieren. Mit der Sicht auf Vollkommenheit transzendieren. Wie sehe ich vollkommen? Wie sehe ich jetzt auf Vollkommenheit? Einfach indem du denkst, meine Sicht geht aus, um das Antlitz Christi zu erschauen. Wow, es ist lebendig. Es ist lebendig und es ist still und es ist selbst ausdehnend. Wir sind eins um seinetwillen, der der Sohn Gottes ist. Um seinetwillen, der unsere eigene Identität ist. Und vielleicht hast du irgendwie viele Ideen, wie du dich hier noch aufhalten kannst und sagst, okay, ich kann mich aber noch häuslich einrichten, indem ich einfach die richtigen Dinge tue, den richtigen Lebensstil. Ich mache einfach die Dinge, die mir Spaß machen. Mein Einkommen stimmt. Meine Tätigkeit stimmt. Meine Beziehungen stimmen. Meine Aussicht auf die Zukunft stimmt. Ich freue mich auf alles, was kommt. Lassen wir die Brillanz zu. Guck mal, schon wieder ein neuer Moment. Ja, die Unterbrechung zeigt dir immer nur, dass du eine Gelegenheit hast, den Moment dir nochmal komplett neu zeigen zu lassen und komplett neu geboren aus der Vergangenheit hervorzugehen und die Vergangenheit abgestreift sein zu lassen. Denn so ist es. Jeder Moment ist eine brillante neue Wiedergeburt deines Seins. Und obwohl dir das sehr bekannt ist, ist es dennoch ungewöhnlich, sich darauf zu fokussieren und zu sagen, so ist es. Guck mal, so. Bist du gerade gestorben? Du hast es versucht. Aber hier bist du wieder. Mit jedem Urteil, mit jeder Idee, dich als Körper zu sehen, mit jeder Idee, Groll zu hegen oder Mangel zu denken oder Stress zu denken, glaubst du zu sterben. Und wieder bist du hier. Wieder bist du hier. Und wieder bist du hier. Lass uns eins und eins zusammenzählen und anerkennen, was die Wahrheit ist. Die Wahrheit lässt dich nicht sterben. Und es gibt nichts anderes, was dich beeinflussen kann oder was dich ausmacht. Also lass mir die Gedanken von Mangel von Fehlerhaftigkeit, von Unvollkommenheit sein, weil wir nicht anders können. Du kannst nichts dafür, dass du Christus bist. Du kannst nichts dafür, dass du vollkommen bist. Du kannst das auch nicht verändern, egal wie krass anders du darauf bestehst, das nicht zu sein. Also gehen wir in eine neue Referenz, die jetzt immer ewig ist und wir seinem Willen komplett die Kontrolle überlassen, weil darin alle Dinge erneuert werden, weil darin unsere vollkommene Freiheit liegt und du freigesprochen bist von jeder Anklage, die du dir selbst auferlegt hast oder die du von außen auf dich blicken sahst. Keine Ahnung, wer auch immer das sein könnte. Zum Beispiel ein Nachbar oder ein Ex-Partner oder ein Kind oder Eltern oder ein Kollege, Kollegin. Irgendwer, der dich blöd angemacht hat oder den du blöd angemacht hast. All das liegt in der Vergangenheit und sie ist vergangen. Und wenn du irgendwo was zu klären hast, dann klär das. Wenn du dabei Hilfe brauchst, bitte Jesus um Hilfe und er schickt dir welche. Genauso wie du sie brauchst. Genauso praktisch, konkret, wie du es annehmen kannst. Und das ist das Coole. Ich bin sehr dankbar für unseren Bro, für unseren älteren Licht-Bro, Jesus Christus, der uns daran ändert, dass wir der Christus sind. Ich segne dich. Wir sehen uns jetzt.